Herzlich Willkommen bei HIKKA fragt nach. Mein heutiger Studiogast ist Dr. Rudolf Gürtler. Herzlich Willkommen. Herr Gürtler, Sie sind Sachverständiger für Fischerei und Jagdrecht und in Niederösterreich gibt es zurzeit einiges an Aufregung zu diesem Thema. Aus Grund, das Land hat 40 Fischotter zur Bejagung freigegeben. Da gibt es Tierschützer, da gibt es Sachverständige, um die Experten, die sagen, das ist eigentlich eine Frechheit. Sie haben sich in einem Leserbrief sehr deutlich dazu geäußert und sagen, eigentlich ist das sehr gut, wie das jetzt passiert. Vielleicht könnten Sie uns ein bisschen die Meinung eines Experten dazu sagen. Vorweg vielleicht kurz, warum ich mich für qualifiziert erachte, hier mitzusprechen. Einerseits von der rechtlichen Seite, weil ich Herausgeber eines Fischereigesetzes und Jagdgesetzkommentars bin. Andererseits aber auch, weil ich als Praktiker über mehr als 30 Jahre die stiftlichen Fischwässer Treisen, Gölzen, Unrecht, Treisen bewirtschaftet habe. Und nicht zuletzt eben durch meine Ausbildung als Gerichtssachverständiger eben nicht nur für Jagd, sondern für Fischerei und Fischzucht. Daher ist mir vor allem die Erhaltung des Artengleichgewichtes ein wesentliches Anliegen. Und Sie glauben, dass durch die derzeitige Situation der Fischotter dieses Gleichgewicht in Gefahr ist? Ich fühle mich sogar eine Spur mitschuldig, weil auch ich bin einmal dem Charme des Fischotters in meiner Jugend erlegen. Wir haben interessanterweise mit dem Professor Roland Pechlaner, Limnologe und Bruder des Ehrenpräsidenten des WWF, die Treisen gecheckt, inwieweit dort möglicherweise ein Fischotter wieder Lebensraum finden kann. Und es hat sich gezeigt, dass der Fluss zu sehr an der Straße verläuft. Und auch heute haben wir einige überfahrene Fischotter, die man immer wieder findet. Und ich habe dann 100.000 Schilling an dem WWF gespendet für den Fischotter und nicht erkannt, dass dieser Wassermarder derart explodieren wird. Das heißt, ich entschuldige mich noch heute bei den Fischen. Also Sie sagen, der Wassermarder explodiert. Sie sind vom Freund des Fischotters jetzt zum Kritiker geworden. Was passiert da gerade an unseren Bächen, an unseren Flüssen? Ich bin kein Kritiker des Fischotters, sondern ich bin ein Freund des Artengleichgewichtes. Und die Fische leiden ja unter dem sogenannten Summationseffekt. Wir haben ja nicht nur den Fischotter, der Ausfraß vornimmt. Wir haben den Kormoran. Wir haben den Graureiher. Ich sage nur immer Fischreiher, weil er Fische entnimmt. Und vielleicht wird irgendwann der Natur- und Tierschutz auch den Fischotter auf Grauotter umbenennen, um zu verniedlichen, dass er Fische entnimmt. Und wir haben den Gänsesäger. Und nicht zuletzt, insbesondere beim Fischabstieg, werden Fische in den Turpinen zerhackt. Das heißt, die Summe dieser Belastung führt dazu, es geht natürlich auch um die Teiche etwa im Waldviertel. Aber die Summe der Belastungen führt dazu, dass also in den Voralpenflüssen die Bestände der Salmoniden gravierend gefährdet sind. Und es reden so viele mit, die vielleicht vom Fischotter was verstehen, aber von der Fischerei überhaupt nichts. Salmoniden muss man erklären, sind Forellen, Saiblinge. Vor allem die Bachforelle. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben zum Beispiel im Niederösterreichischen Fischereigesetz eine sogenannte Besatzpflicht. Das heißt, es wird von der Behörde vorgeschrieben, welcher Besatz vorzunehmen ist. Und wenn uns da unterstellt wird, dass naturfremde Arten eingesetzt werden, das ist völlig falsch. Gerade das Gesetz sieht vor, dass autochtone Fischarten, die heimische Bachforelle vor allem, und gerade ich habe in meiner Bewirtschaftung den Treisenursprung nie befischen lassen, damit wir dort die Urforelle erhalten. Und die Urforelle ist heute aufgefressen. Also weil wir gerade ja in St. Pölten sind, die Treisen fließt durch St. Pölten. Sie sagen, da gibt es schon Abschnitte, wo die heimische Fischart ausgestorben ist, aufgrund des Drucks der natürlichen Jäger. Der natürlichen Fischfeinde, muss man leider sagen. Es gibt Kormorane, die jagen wie die Löwen. Die einen treiben zu, die anderen fangen. Die Fische werden angepäckt, verpilzen und verenden dann aus diesen Verletzungen. Also in Summe ist der Fischotter jetzt das Tüpfelchen auf dem I. Ich muss aber eigentlich sagen, es geht manchen um den Fischotter. Es geht aber vielen um Macht und Geld. Der WWF, der ja wirklich auch richtig aufzeigt, dass die Überfischung der Weltmeere ständig zunimmt. Wir haben heute fünf Prozent der heimischen Aquakultur, deckt also den österreichischen Fischbedarf und 95 Prozent werden importiert. Und jetzt den Tierschutz an der Wasseroberfläche enden zu lassen und zu sagen, ja nur alles, was drüber ein Pelzerl hat und Federn hat, ist wertvoll und was Schuppen hat, ist nicht wertvoll, ist meines Erachtens der falsche Weg. Also Schutz auch für die heimische Bachforelle, nicht nur für die Meeresfische. Gleiches Recht für alle Fische. Ja und natürlich ist heute der Spendenbereich mit dem herzigen Panda und mit dem herzigen Fischotter weit eher zu befördern als etwa mit jetzt dem Flusskrebs oder Steingrebs oder mit der Perlmuschel. Also da sind ja auch Sie erlegen diesem Charme, wie Sie sagen, des Fischotters haben wir auch gespendet. Ja und der Teddybär wird gestreichelt und der Fischotter ist lieb, aber nur weil der herzige, cooler Augen hat, ist er nicht für mich nicht mehr wert als andere Arten, die wir ebenso zu schützen haben. Jetzt gibt es in Niederösterreich so nach Schätzungen rund 800 Fischotter, 40 davon dürfen jetzt, man sagt, entnommen werden. Ist das überhaupt ausreichend, um die heimischen Fische zu schützen? Es ist ein erster Schritt. Und ich glaube, man muss eigentlich Hochachtung zollen, sowohl den Beamten bei der Landesregierung als auch dem Landesrat, weil dort sitzen ja keine Fischer und Jäger in der Landesregierung. Dort sitzen Fachleute, die also mit entsprechenden Gutachten und Untersuchungen das Ungleichgewicht richtig eingeschätzt haben. Und die 40 Fischotter sind vermutlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich glaube auch nicht, dass es gelingen wird, die Jägerschaft so toll zur Reduktion zu gewinnen. Die hat andere Vorgaben, die muss das Rotwild reduzieren. Und wir sind ja als Jäger unter dem ständigen Beschuss der Vegetarier und Veganer, die ja gar nicht wollen, dass Wildbretter oder auch Fisch gegessen wird. Also Sie glauben, die Jäger werden gar nicht so sehr den Fischotter bejagen, weil sie andere Probleme haben? Sie haben andere Probleme. Und früher hat ja die Fischerei ihre fischfressenden Arten selber regulieren dürfen. Und das hat also dann gesetzlich, ist das irgendwann geändert worden. Und bei mir, ich habe auch ein Jagdgebiet im Dreisental, habe ich den Fischmeister, der jetzt die Bewirtschaftung vornimmt und auch Jäger ist, bevollmächtigt, die fischfressenden und fischereischädlichen Arten eben zu reduzieren. Der wird wahrscheinlich doch den einen oder anderen entnehmen, aber die 40 sind wahrscheinlich ohne dies ein Tropfen auf den heißen Stein. Dazu muss man ja sagen, Naturschutzgebiete sind ja ausgenommen von dieser Regelung. Es dürfen die Fischotter ja nur dort entnommen werden, wo die Natur schon so weit denaturiert ist, dass auch die Fische zum Beispiel keine Möglichkeit mehr haben, sich zu verstecken in unseren modernen Flussläufen, in den regulierten. Das ist schon richtig. Wir haben also in den 50er und 60er Jahren auch die Amtssachverständigen waren Technokraten, die dann gesagt haben, ja, man muss also das Wasser rasch abtransportieren. Wir haben Betonkanäle geschaffen, wo wir wieder Jahrzehnte brauchen werden, um die rückzubauen. Nur leider sind also die Meandrierungen der Flüsse beendet worden, indem man also die Randbereiche den Bauern zur Bewirtschaftung übertragen hat. Und das alles rückzuführen ist extrem schwer. Und wenn also manche Leute, da gibt es also den verehrten Dr. Frey, der ist also ein Greifvogel-Spezialist und den gibt es natürlich auch dem Professor Pechlaner, ein toller Schönbrunn-Chef, aber der ist Ehrenpräsident vom WWF. Der kann gar nicht anders als die politische Linie Richtung Spenden des WWF zu verfolgen. Herr Doktor, ich bedanke mich. Die 10 Minuten sind wie immer viel zu schnell. Wir hätten noch über den Wolf, über den Luchs, über die Wildkatze reden können. Machen wir ein anderes Mal. Machen wir ein anderes Mal. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen einander wieder am letzten Freitag im Mai. Wenn es wieder heißt, Hicker, fragt nach. Bis dahin verabschiede ich mich. Danke sehr und auf Wiedersehen. Vielen Dank.